Liebe Patientinnen, lieber Patient, Sie haben eben einen Termin für eine große medizinische Voruntersuchung gebucht. Es ist wichtig, dass Sie die weichen Kontaktlinsen zumindest eine Woche und die harten Kontaktlinsen zumindest vier Wochen vor diesem Termin absetzen. Falls Sie harte Kontaktlinsen tragen, diese Linsen drücken an der Hornhautoberfläche und deformieren komplett die Hornhaut und die Hornhaut muss sich ungefähr bis zu vier Wochen lang erholen, um vernünftige und richtige Ergebnisse zu liefern. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Sie diese Anweisungen verfolgen.